Ich begrüße euch hier wieder ganz herzlich zurück zu Two-Point-Campus. So, ähm... Ich lasse mir wieder aus dem Zoom raus. Wir haben mittlerweile alles soweit hier geregelt. Und... Das gibt's nicht. Ich glaube, bloß der Raum ist hier auch voll. Wie viele Leute soll ich denn da noch, ne? Entferne Eindringlinge. Schilde hoch. Ja, okay. Es fängt auch noch das Regnen an. Ach, super. Was für mal mehr. Also, ich brauche jetzt noch einen Hausmeister mehr. Einen, der Security hat. Ja. Zack. Ging nicht anders. Entferne den einen Eindringling. Es gibt Geld. weiter. Schön. Und zehn Kudos. So muss das sein. Wow. Ähm... Direkt zum Zimmer hinzufügen. Definitiv. Eine Buchauslager. Die haben wir nämlich auch noch nicht. Dann wird ihm wahrscheinlich auch noch das Schriftgutarchiv fehlen. Was? Ja. Wir haben da. Nichts ja egal. Der Ritter Sport. Wirtschaften. Okay. Äh... Bilanz haben wir Plus gemacht. Invasionsbericht haben wir auch abgeschlossen. Wunsch nach flachen Blumenbeet. Okay. Wachsenhexeautomat. Und wo? Hier. Naja, gut. Wenn es euch erfreut, dann werde ich es so erquickend für euch bereitstellen. Und hier schalten auch noch frei so ein Blumenbeet. Wenn es die Attraktivität steigert, dann... Das ist doch doof. Nee, dann muss der noch mal einen weiter nach rechts. Genau. Was war das jetzt? Wunsch nach Blumenkübel. Ja, die machen mich noch wahnsinnig. Aber damit steigt die Attraktivität. Eindringlinge haben wir auch schon viele entfernt. Insofern, es läuft ja. Was warten wir auf? Das medizinische Zimmer? Ruhm? Wartet mal. Kann ich hier noch... Zum Weltenzeiger wechseln. Kann ich hier noch Gebäude ergänzend kaufen? Oder eine Fläche? Oder irgendwas? Oder gehört mir das nicht? Ich darf das selber ausbauen. Campus, ach, ich darf hier weiterbauen. Okay. 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 Dann mache ich... Nee, 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 nee. Ja, Zimmer löschen. Dann nochmal anders. Campusgebäude. Oh, nochmal gewinnen. Das ist schön. Das ist gut. Das kann ich gebrauchen. Ja, so macht das mehr Sinn. Ja, aber das Gebäude ist ja noch nicht fertig. Das Gebäude wird noch fertig. Mhm. Hey, was haben wir denn... Ist ja nicht so, dass da eine Puppe leer steht, ne? Nein. Aber hey, wir sind schon bei C+. Drachenturm benötigt. Mit Forschung freischalten. Also, ich brauche Forschung. Forschung. Ähm... 40.000 ist Labor. Yep. Da muss ich erstmal warten, bis ich das habe. Aber das kann ich dann hier schön hinbauen. Noch eine neue Aufgabe. Wunsch nach Jukebox. Warum wollen die denn jetzt hier auch noch eine Jukebox haben? Alter, Leute. Drei Bewerber für da... Okay. Ja, ihr bekommt euren Drachenturm ja noch. Ich muss ihn nur erst freischalten. Meine Güte. Sind die nervig. Aber hey, das Gebäude ist schon mal fertig. Das Uni-Gebäude. So ist es jetzt nicht, ne? Was hat er? Überlegt er, Studium abzubrechen. Warum? Das ist doof. Warum will er abbrechen? Ja, ich... Ich... Ich brauche noch definitiv einen Nachhilfelehrer. Es geht nicht anders. Gucken, wer ist denn hier günstig? Ja. Nachhilfe. Du bist jetzt zur Nachhilfe verdonnert. Punkt. Wunsch nach Baumbank. Oh. So. Halbwunderbank. Die machen mich noch wahnsinnig. So. Ja, die Mitarbeiter fressen sauviel Gehalt. Das ist einfach Fakt. Besonders, weil halt auch einer immer nichts zu tun hat. Gelangweilt. Medizinisches Problem. Bücherwürmer. Wow. Ja, und für das Forschungslabor brauche ich halt 40.000, ey. Mann. Und ich muss erst mal den Schuldenberg abarbeiten, ey. Das kommt mir nicht mit neuen Anforderungen. Das wäre nämlich doof. Was ich machen könnte, wäre jetzt, in diesem Augenblick hier, dass sie mal upgraden. 15.000. Ostmeister mit Mechanikausbildung. Nein, ich habe keine Mechanikausbildung. Warte mal, kann ich, kann ich Weiterbildungszentrum schon bauen? Weiterbildungs... Na, kostet auch. Warum kostet ihr so viel? Ja, er ist halt auch gelangweilt. Wenn ich so fortgehen würde, das ist kein Produktvorschlag, aber ich dachte mir, da ein Kummerkasten draufsteht, gehört auch Kummer rein. Ein Student denkt darüber, nach der Studium aufzugeben. Aber warum denn? Nicht deswegen. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo haben wir hier den Kummerkasten? Studiengangverwaltung. Nein. Mitarbeiter. Studenten. Status. Zufriedenheit. Hier. Er ist total unzufrieden. Warum? Ich will ihn ja nicht verweisen. Unterhaltung, Bildung, Statistik, Stimmung. Nachhilfe schicken. Kalender. Müde. Müde. Schmutzig. Aber das hier sind doch Duschkabinen. Da sollte er doch eigentlich nicht schmutzig sein. Ja, komm ruhig vorbei. Dann werden wir für Rittersportwissenschaften. Und das ist auch erledigt. Aber schön, dass das andere jetzt weg ist, die Aufgabe. Dabei wollte ich das noch... Also was will er? Das ist lustig. Aber da ist doch... Nee. Falsch, 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 falsch. So. Äh, das ist hier... Getränke. Steht doch da schon. Warum holt er sich die Getränke nicht? Verstehe ich es nicht. Warum er sich das nicht holt. So, da kommt auch noch ein Mülleimer hin. Ja, komm du ruhig vorbei. Habe ich kein Problem mit. Bei denen hier noch ein Mülleimer rein? Nee, ich glaube nicht, ne? Wahrscheinlich nur mal mitten im Raum. Nee, gar nicht mehr. Nope. Nope. Nein. Geht nicht. Hier kriege ich definitiv noch was rein. Hier auch mal ihren Müll wegwerfen. Hier sollte ich auch nichts mehr hinkriegen. Da kriege ich definitiv noch was hin. Und da auch. So, die Ritter sind auch erledigt. Guck mal, das ist hier draußen. Campus der Stufe 9. Yay. Und hier überall noch Mülleimer verteilen. Macht der den Campus auch nochmal ansehnlicher. So, und jetzt muss ich halt überlegen. Will ich... Nein. Na doch, warte mal. Was haben wir denn da? Okay, das hatten wir. Hortensienblumenkübel. Nein, jetzt nicht. Nicht der Turnierplatz. Wir möchten das Forschungslabor oder Weiterbildungszentrum. Ich glaube, das Weiterbildungszentrum bringt mir jetzt erstmal aktuell mehr. Ja. So, dann machen wir da die Tür hin. So. Dann hier noch Fenster anbringen. Ich wollte gerade sagen, ungültige Mauer kann ja wohl nicht sein. So, dann... Heizungstechnisch brauchen wir nix. Pflanzentechnisch können wir hier bestimmt noch einiges verbessern. Ähm... Teppiche bringen da jetzt nix. Aber hier so ein Planer. Gut. Und dann könnten wir da den einen Hausmeister, ich sag jetzt mal, weiterbilden. Irgendeinen von denen. Mitarbeiter. Gehen wir mal auf die Hausmeister. Ihn möchte ich... weiterbilden. Und zwar zum... Mechaniker. Weiterbildung starten. Joey Hengst. Möchte ich weiterbilden zu... Aerodynamik. Und... ähm... Caleb Spargel. Na. Kriegt... auch noch Instandhaltung. Donald Toff. Erste Hilfe Bibliothek. Kann sogar noch ein neues dazu. Das heißt... Bibliotheksverwaltung Rang 2 oder was? Hat er doch schon. Erste Hilfe. Aerodynamik. Glücklicher Gedan... Komödiantisches Timing. Ah... Glückliche Gedanken. So. Damit hab ich jetzt mal ein paar... Leute da entsprechend vorbereitet. Äh... Bilanz ist Plus gewesen. Reich der Möglichkeiten. Attraktivitätswertung 60%. Attraktivitätswertung 60%. Und das haben wir geschafft. Attraktivitätswertung hab ich doch... Äh... Okay. Hier stimmt was nicht. Oben steht 64. Unten steht 54. Merkt ihr was? Wie geht das? How is this even possible? Ähm... Ein Pickniktisch. Kann man hier denn packen? So. Ich weiß nicht, ob damit die Attraktivität so wirklich stark steigt. Aber jedenfalls ein bisschen, ne? Hier nochmal so ein Liebesbäumchen. So. Wie sieht's aus mit der Weiterbildung? Ah, gut. Funktioniert. Die sind schon da. Ist das jetzt der Hausmeister? Oder wer ist das hier? Okay. Das ist der Keleb Spargel. Kann ich jetzt endlich? Nein, noch nicht. Er ist noch nicht ausgebildet. So. Ähm... Er macht hier gerade sauber. Wartezeiten sind halt... Ja, leider immer noch vorhanden. Gewinn, gewinn, gewinn. Gewinne, gewinne, gewinne. Das ist wieder der Drachenturm, der freigeschalten werden soll. Dafür brauche ich aber erstmal Forschung. Dafür brauche ich erstmal 10.000 und so weiter und so weiter und so fort. Und damit ich Geld mache... ...muss ich dann warten, bis der da weitergebildet ist. Und wenn der weitergebildet ist und das dauert nicht mehr lange... ...kann ich ihn endlich dann aktivieren. So, aber ich könnte ja noch meinen Event planen, fällt mir ein. Kalender. Event erstellen. Und dann können wir noch ein Event für dieses Jahr. Dann machen wir hier das noch. Genau. So, es waren jetzt zwei Events. Es sollte eigentlich genügend Platz schaffen. Ja, die wollen noch Blumentöpfe. Komm, dann platzieren wir hier noch ein paar Blumentöpfe. Eins, zwei... ...drei. Und die Hortensien müssen wir auch noch platzieren. Alles für die... Zack. Also eine weitergebildende Standhaltung abgeschlossen. Das war nicht das, was ich haben wollte, ne? Nein, ich wollte das andere haben. Okay, dann würde ich sagen, ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Es wird ein bisschen unangenehm. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohotrein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. 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 Tschö, tschö.